Was gab fitnerperspektivisch auf TikTok die letzten zwei Tage? Bruder, ich will mit Fitner nichts zu tun haben, Wallah. Ist besser so, Wallah. Wallah, ich will damit nichts zu tun haben. Die sollen selber machen, ich will damit nichts zu tun haben. Du wirst überall reingezogen irgendwie, du wirst einfach eingeladen. Das ist es. Ich werde immer reingezogen. Ich sage denen auch, lasst mich bitte in Ruhe, tschüss. Ich werde trotzdem reingezogen. Ja, das ist schon hart, ja. Aber das ist auch, weißt du was, irgendwo ist das auch gut, dass man das sieht. Wie die Leute zu mir kommen. Ich sage denen, bitte lass mich in Ruhe und die lassen mich trotzdem nicht in Ruhe. Man sieht so das Bild, weißt du was ich meine? Ja. Weil wir werden immer beschuldigt, wir sind, wir sind. Aber ich will damit nichts zu tun haben. Ich fand krass, bei diesem, irgendwer wollte jemand schlagen oder so und wie du reagiert hast. Das war krass. Das auf Boden ständig, auf Bitte. Ich habe Angst. Das ist da, Bruder. Alhamdulillah. Genau so. Aber es gibt Leute, die begreifen das trotzdem nicht. Es wird sie immer geben. Wir werden sowieso niemandem gerecht. Niemals. Das wird niemals passieren. Niemals. Es wird niemals passieren, dass wir jeden glücklich machen. Niemals auf diesem Planeten, leider. Wir müssen selber glücklich werden, Bruder. Unser Herz, wenn wir schlafen gehen, muss so gefüllt sein mit Liebe. So, wo du dir sagst, okay war ein guter Tag und dann schlafen. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Aber Bruder, manche Leute, ihre Herzen sind gefüllt mit Hass. Gefüllt mit Hass. Man muss aber dieses Herz nehmen und es mit Liebe wieder zurückfüllen. Weißt du, was ich meine? Aber es ist schwer. Du musst dann doppelt so viel Liebe haben in deinem Herz, weil du musst diesen Hass fressen und noch Liebe geben. Ja, das ist schlafen. Ja, machen wir, machen wir, Habibe Mois. Das ist eine sehr gute Idee. Das hat mich auch gefreut. Ich bin gerne dabei, den Medina zu helfen. Bei dir sind auch Leute in deinem Stream, die auch sehr süß sind, wirklich. Also, du hast Leute gesammelt, die sind nicht fitnageil. Ich habe auch gemerkt, die feiern das selber nicht, wenn du in Fitna bist. Ja, ich bin gerne. Das ist süß, valla. Am Ende des Tages wird eh alles in Liebe enden. Am Ende des Tages ist jede Nacht Tag. Das ist egal, das wird immer so sein. Das ist halt Bruder. Du gewinnst nicht, wenn du hast. Wenn du hast, wirst du niemals gewinnen, Bruder. Du hast, wenn du hast. Ja, das ist das Ding, ja. Und du hast selber Zeiten gehabt voller Hass. Ich auch. Es ging uns da nicht gut. Da ging es uns nicht gut. Aber dann geht es einem nur schlechter. Ja, das stimmt. Verstehst du? Und irgendwann ernährt man sich von dem Hass. Und dann explodiert man. Ja. Aber nimm den Hass und schmeiß den weg. Und die Welt sieht wieder schön aus. Aber wie lange hat es gedauert, bis sogar wir das begreifen? Über 30 Jahre. Ja, Bruder, okay, wir machen alle Fehler. Weißt du, was ich meine? Aber irgendwann... Irgendwann muss man das checken, ja. Irgendwann sagt man, ey, das ist... Irgendwann denkt man so, okay, reicht. Ist okay. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Aber dann wird das, was wir machen. Das stimmt.